Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind gerade auf dem Weg das Frühstück holen. Ben ist schon wieder bereit für seinen zweiten Schlaf. Liana ist topfit, weil die hat richtig gut geschlafen. Jetzt gehen wir das Frühstück holen, da müssen wir packen, auschecken und dann fahren wir auf die Jukka-Farm. Was ist der Jukka-Farm? Das ist der Bauernhof, wo wir hinfahren, wo es ein Apfelbaumlabyrinth gibt und ganz viele Kürbisse. Ja, nach dem Frühstück. Juhu! Mit Noah und Lu. Freust du dich? Wir freuen uns. Ich freue mich auf die Noah. Du freust dich auf die Noah, ne? Jetzt haben wir unsere Frühstückstüten abgeholt. Jetzt werden wir das schön auf dem Tisch aufbauen und frühstücken. Ein sehr leckeres Frühstück und auch ganz gemütlich, dass man es einfach mit hochnehmen kann. Irgendwie mit Kindern ist es eigentlich echt entspannter auf dem Zimmer zu essen. Soll ich es putzen? Machst du super. Wir räumen jetzt gerade das Hotelzimmer auf. Ich bin gerade am Geschirr abwaschen. Müll haben wir schon rausgemacht. Und jetzt werden wir gleich noch die Betten abziehen. Seit wir Ferienwohnungen hatten, respektiere ich das so, so sehr. Die Arbeit von Putzfrauen in Hotels oder Ferienwohnungen. Deswegen machen wir immer alles, was geht. Also wir tun jetzt unser Geschirr schön noch abwaschen, Betten abziehen, alles natürlich aufräumen. Ich muss das nicht, aber die Mami macht das, okay? Doch. Weißt du warum? Die Mami hat ganz lange geputzt, wo du klein warst. Und jetzt kommt gleich eine Frau und die muss das ganze Zimmer putzen, obwohl sie es nicht dreckig gemacht hat. Wir haben es ja dreckig gemacht und deswegen putzen wir. Und wir haben in den Betten geschlafen, deswegen ziehen wir sie ab. Okay, dass sie das nicht machen muss. Weil wenn man was dreckig macht, kann man es auch wieder aufräumen, stimmt's? Aber dann haben wir nicht mehr so bequem. Aber wir gehen jetzt, mein Schatz. Und dann kommt die Putzfrau und macht es wieder bequem für die nächsten Gäste. Okay? Machen wir das? Super. Schau, innen drin ist das Kissen, siehst du das, wo der Zettel ist. Und das Kissen kannst du jetzt rausziehen und die Hülle bleibt dann da. Zieh mal am Kissen. Genau. So, das Geschirr ist auch wieder frisch. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, wenn man in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung ist, einfach alles sauber zu hinterlassen. Man macht da, das Bett ist frisch. Man macht da echt jemand glücklich damit. So, sehr schön war es hier. Ja, ich bin leise. Der Ben schläft. Deswegen müssen wir jetzt leise gehen. Vielen Dank, der Flag. War sehr, sehr schön. Oder Liana? Ist dir gefallen? Ich will hierbleiben. Liana will hierbleiben. Wir kommen wieder, okay? Okay. Oh Mann, ihr Lieben, das war jetzt der riesen Fail mit der Autofahrt hierher. Wir haben uns total verfahren. Wir haben nicht mehr gecheckt, wo wir sind, trotz Navi. Das ist ein bisschen kompliziert. Papi, kannst du schieben? Ein bisschen kompliziert mit dieser Jukka-Farm. Kabel schaut raus. Weil da wohl so viel los ist, dass die Dichter nicht so richtig hochlassen. Und dann an einer Straße haben sie uns umgeleitet und gesagt, man darf hier nicht hoch. Man muss mit einem Bus fahren. Dann haben wir einen Tipp bekommen von Diana, an einem Strandbad zu parken. Das haben wir aber nicht gefunden. Oh ja, Pferde! Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt super lange gebraucht. Ich glaube, eine Stunde anstatt 20 Minuten. Jetzt sind wir aber da. Es ist richtig frisch hier. Aber wir sind gut ausgestattet. Wir haben Regensachen an. Wir haben Hoodies an. Und jetzt geht's los zur Jukka-Farm. Wir sehen es schon. Da ist schon ein Dach, wo Jukka-Farm, Jukka-Hof draufsteht. Und jetzt schauen wir mal. Hier geht's zum Jukka-Hof. Steht da. Und da auf dem Dach von dem Haus steht auch schon Jukka-Hof. Der Papi nervt mich wieder. Warum? Ich weiß auch nicht. Der Papi ist schon wieder so launisch. Aber der Papi sieht gut aus. Der Papi ist knatschig. Knatschig ist der Papa. Ja, na knatschig. Papa knatschig. Papa ist knatschig. Ben ist knatschig. Nee, gar niemand ist knatschig außer dir. Aber der Papi sieht gut aus. Schau mal, der hat so eine helle Stoffhose an und einen apricotfarbenen Hoodie. Sehr stylisch. Und hier ist es so schön. Schau mal, wie schön das liegt. Siehst du das? Da unten ist ein See und so ein bisschen Berge. Oh, da hinten sind Pferde und eine Kirche. Was möchtest du bitte? Hier liegt doch keiner. Alle laufen hier. Laufen, die laufen. Es liegt schön, sagt man. Der Juckerhof liegt schön. Weißt du, Papi? Papi liegt schön. Das sagt man so. Es liegt schön, wenn es irgendwo schön in der Natur drin ist. Weißt du? Aber es liegt doch gar nicht. Ich glaube, da vorne ist das Apfelbaumlabyrinth. Schaut mal, das ist schon das Apfelbaumlabyrinth. Da können wir auch gleich durchlaufen. Ich freue mich schon auf das Labyrinth. Freust du dich auf das Labyrinth? 6000 Apfelbäume sind in dem Labyrinth. Ganz viele Kürbisse sind und so Figuren. Schau mal, da hinten sind die Ziegen. Das ist ein Tintenfisch. Schau mal. Aus Kürbisse. Mama, komm mal in der Kürbisse. Ja, eine Qualle. Und das sind Ziegen. Ziegen? Boah, gibt es hier viele Kürbisse. Schau mal. Mama, komm mal in der Kürbisse. Wo? Ja. Kürbisse. Boah, das ist ein Taucher aus Kürbissen. Ein ganz großes Männchen. Oh, was riecht hier so gut? Oh, hier riecht es gut. Kürbisrisotto, Nudeln und Wurst. So typisch Mann, oder? So cool hier, wirklich. Ich habe ein Kürbisrisotto und das schmeckt wahnsinnig lecker. Wir sind direkt am See. Es gibt ganz viel für Kinder, einen Hofladen. Die Preise sind natürlich Schweiz. Das Buffet ist schon krass. Da sind wir jetzt nicht ran, weil da kostet, glaube ich, was hast du gesagt, Schatz? 55. 55. 45 Schweizer Franken pro Person. Ohne Getränke. Ohne Getränke. Das machen wir jetzt nicht, deswegen haben wir nur die Sachen ausgewählt. Aber wir werden nachher definitiv im Hofladen noch was mitnehmen und euch noch ein bisschen hier rumführen. Echt cool. Schaut mal, Liana und Noah sind jetzt gerade beim Ziegenstreicheln. Da kann man in so einen Käfig, man kann die Ziegen hier füttern und streicheln. Also füttern mit Hochfutter oder eben einfach nur reingehen und streicheln. Schau mal, Ben, da ist eine Ziege. Hattest du die gesehen? Eine Ziege, die macht... Da muss er lachen. Also hier ist ganz schön viel geboten für die Kinder. Auf Heuballen klettern, auf den Traktor klettern. Habe ich das schon gezeigt? Hier gibt es eine Kürbissuppe und die wird auf dem Feuer gekocht. Richtig cool. Die machen jedes Jahr so Themen und machen dann eben so Figuren. Und dieses Jahr ist Unterwasserwelt. Und hier ist ein Taucher. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Kürbisse und die können natürlich auch alle kaufen. Hier gibt es ein Hofladen. Schau mal, Liana, was es für verschiedene Kürbisse gibt. Oranger Knirps, Butternut und Orange Butternut. Da hinten gibt es Kürbisberliner. Machen sie auch ganz frisch. Was gibt es hier? Ah, hier werden Kürbiskerne geröstet. Zimtkerne. Zimtkerne. Oder mit Schokolade. Und was gibt es hier noch? Kürbissüß-sauer, Tomatenkürbissauce, Kürbiskernöl, Kürbischutney. Nicht schlecht. Hier kann man frisches Obst und Gemüse kaufen. So, der Eishockey-Profi ist schon mal mit unseren Kindern rein. Wir gehen jetzt über einen Barfußpfad. Er heißt Nikolas. Aber ich finde es einfach mega, dass es ein Eishockey-Profi ist. Deswegen sage ich das jetzt immer. Also, hier kann man durch den Barfußpfad, das haben sie jetzt schon gemacht, acht Kieselsteine, große Steine. Dann kommt Rindenmulch. Was ist das? Scherben? Nee. Sieht aus wie Scherben. Aber es sind bestimmt abgekochte oder abgerundete, wie ich doch hoffe. Dann kommen große Steine. Dann kommt Sand. Ben ist übrigens hier gerade am Apfelschlotzen. Man hat ein Apfelgeschenk gekriegt. Erde. Hier auch Rindenmulch. Was ist das? Irgendwelche Kügelchen. Und das ist der Eishockey-Profi. Auch irgendein komischer Untergrund. Tannenzapfen. Labyrinth. Los geht's. Hoffentlich verehren wir uns nicht. Oh, da vorne. Was ist denn da? Ein Apfel? Ja. Entdecke Muckis Welt. Wow. Schaut mal. Jetzt hat das Wetter so ein bisschen aufgehellt. Was für ein wunderschöner Ausblick. Ich weiß gar nicht, was das für ein See ist. Und ich sag jetzt auch lieber nichts, weil wenn es nachher falsch ist, blamiere ich mich. Es ist auf jeden Fall Pfeffikon. Also wir sind durch Pfeffikon gefahren. Prost, Ben. Wir sind durch Pfeffikon gefahren, um hier hochzukommen. Also es ist in der Nähe von Pfeffikon. Aber es ist wunderschön hier und lecker und teuer. Und ja, so typisch Schweiz halt. Ich gehe mal jetzt noch einen Kuchen und einen Kaffee holen. Und dann, ich glaube, es beginnt jetzt gleich zu regnen. Ich glaube, dann fahren wir nach Hause. Also, weil wir haben ja auch noch zwei Stunden Fahrt und müssen die Mia noch holen. Also ja, so lang bleiben wir nicht mehr. Kletterspielplatz und die Liana kann wieder so toll klettern. Super, man sagt, ey, das ist gar nicht so einfach, was man da machen muss. Aber meine Freunde waren mit dabei. Noah hat das auch gemacht? Super. Und jetzt? Was macht man jetzt? Ah, okay. Und dann? Das kannst du ja super balancieren vom Kinderturnen, oder? Da bist du Profi. Wow, ist das ein toller Spielplatz. Jetzt nur Holz. Aha. Wow. Und dann da und dann da drüben habe ich gehüpft. Bist du gehüpft? Alles aus Holz. Hier ist das cool. Aha. Und dann? Und dann? Wow. Sehr gut. Noch mal. Genau. Oh, schau, es ist auch fast abgerutscht. Aber er hat es gut gemacht. Hat er gut gemacht, stimmt. Und los geht's. Meine Freundin hat es gut gemacht. Aha. Und ich ist voll. Sehr gut. Du machst das super. Ganz toll. Und dann mal los. So. Dann runter geht's und dann so gemacht. Aha. Und dann ist es weiter gegangen. Ah, auch gut. Super. Toll. Ich muss jetzt noch einmal hier eine Runde für euch machen, weil das einfach so schön ist. Die Jucca Farm. So, ihr Lieben, wir machen jetzt noch mal den Barfußpfad. Ne, Lianchen? Und dann gehen wir nach Hause und fahren zurück. Ich kündige das immer mindestens eine Stunde vorher an. Also ich sage, in einer Stunde gehen wir. Und dann sage ich das so in 20 Minuten Abstand nochmal. Super. Da sind die Scherben. Zeigen. Liana läuft durch Scherben. Die gekocht sind. Die gekocht sind. Die sind nicht mehr spitz. Fühlt sich das gut an? Mhm. Ja? Ich mag die Scherben. Magst du gerne? Super. Ja, auf jeden Fall kündige ich das immer mehrere Male an. Meistens so im 20 Minuten Abstand, dass sie sich darauf vorbereiten kann, dass sie weiß, wir gehen gleich und dann ist es nicht ganz so schlimm. Natürlich ist es immer blöd, sich zu verabschieden oder nach Hause zu fahren, wenn es gerade schön ist. Aber so klappt es besser. Deswegen geht es nochmal Barfußpfad und dann fahren wir. Es war ein so wunderschönes Wochenende. Ich habe euch das noch gar nicht so richtig erzählt, aber André war am Anfang voll dagegen. Der hat gesagt, ey, wir treffen uns doch jetzt nicht mit irgendwelchen Zuschauern. Wir fahren doch jetzt nicht irgendwie 200 Kilometer, um uns mit jemandem zu treffen, den du im Internet kennengelernt hast. Also der war am Anfang extrem dagegen. Irgendwann habe ich ihn überredet bekommen. Ich habe natürlich dann auch Bilder gezeigt. Ich habe gezeigt, dass Nikolas ein Sportler ist, dass Diana mega cool ist und locker. Und ja, wow, schaut mal, die Liana versinkt in der Tonperlenerde. Dass die Kinder im gleichen Alter sind. Ich habe das halt alles vorbereitet und ihm erklärt. Diana und ich, wir kennen uns jetzt einfach. Wir haben so oft geschrieben und für mich war das Treffen jetzt gar nicht mehr so, mit jemandem. Da gab es nur Ziegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war mir klar, dass das harmonieren wird, weil wir uns jetzt schon so lange kennen. Und André war halt komplett, ist ja auch verständlich, ne? Der hat nur gehört, wir treffen uns jetzt mit jemandem, den ich im Internet kennengelernt habe. Und es war einfach von Minute eins mega. Diana ist eine total coole, offene Person, die, ja, sofort irgendwie dich in ihren Bann zieht. Eine sehr, sehr tolle Frau. Okay. Gleicher Erziehungsstil, gleiche Ansätze, liebevoll, bedürfnisorientiert, Langzeitstille-Mama, Tandem-Stille-Mama. Jetzt nicht mehr, aber sie war es zu Anfang, zu Beginn. Ähm, also ja, ein mega schönes Wochenende und wir sind jetzt um Freunde reicher. Leider ist halt immer die Entfernung, ne? Immer wenn man coole Leute kennenlernt, sind die weit weg. Aber? Was? Hundekacker, ne? Ich finde auch, dass hier nach Kacker riecht. Ähm, wir werden trotzdem versuchen, uns öfters zu treffen, wenn die Kinder bessere Autofahrer sind oder wir die richtige Einstellung haben zum Autofahren und das dann klappt. Dann fahren wir auch mal nach Kärnten, nach Österreich. Ich hoffe, sie besuchen uns im Europapark. Also ja, ich hoffe oder ich bin eigentlich fast sicher, dass jetzt halt so eine richtige Freundschaft wird. Wir haben auch gesagt, jetzt brauchen wir nicht mehr Instagram oder so schreiben, sondern WhatsApp. Obwohl wir das am, ja, die letzten Monate schon gemacht haben. Aber ja, mega, mega Wochenende. Also Diana, falls du das siehst, wir sind richtig verliebt in euch. Ich hoffe, dass das jetzt so bestehen bleibt und wir uns ganz, ganz oft sehen werden. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt, ähm, Ben schläft schon seit eineinhalb Stunden im Tragetuch. Das heißt, der wird die Fahrt zurück jetzt bestimmt wach sein. Aber wir stellen uns positiv ein. Das wird alles cool. Die Fahrt wird trotzdem mega. Wir werden vielleicht noch zur Tesla-Lounge fahren. In den Tesla-Laden eigentlich müssten wir es gar nicht. Aber wir haben gedacht, du willst auch, ne? Nochmal zur Tesla-Lounge, wo man spielen und klettern kann. Ich glaube, wir fahren da nochmal vorbei und laden einfach auf 100%. Dann muss André... Ich glaube, der ist heute zu, weil es ist Sonntag. Ich glaube, der kleine Tesla ist, glaube ich, heute nicht da. Aber die Spielecke und die Schaukel. Und der kleine Tesla mit den Blumen, der selber lädt. Der ist, glaube ich, auch da. Also mal schauen, wir besprechen das jetzt gleich im Auto. Ich schalte jetzt mal die Kamera an, weil der André schon wieder blöd macht. Nur falls er blöd macht, dass ich es auf Kamera habe. Ja, komm, mach weiter. Komm, komm, komm. Komm, real life. Komm. Real life. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Gib dir ein Fahrzeug, wenn du mit der Kamera stehst. Ne, rede doch Deutsch. Das alle verstehen. Ja, mach mal nimm den Koffer. Nimm den Koffer. So sympathisch bist du. Mhm. Zeigen nämlich alle, wie schlimm ich immer André behandle, aber ihr wisst gar nicht, wie André eigentlich ist. Voll der böse Ehrmann. Bös. Bös. Nur böse bist du. Da ladet er. Genau. Und da ist die Steckdose. Stimmt. Und dann geht die schon rein. Schaut mal, wo wir wieder gelandet sind. Wir gehen jetzt in die Tesla-Lounge, während der Tesla ladet. Dieser Tesla. Dieser Tesla, der ladet auch, ne? Wir sind in der Tesla-Lounge. Wow, hier gibt's ja Ice-Cream. Liana ist in... Hier gibt's Eis. Liana ist im Spielzimmer und Ben ist am krabbeln. Alle versorgt. Wir warten jetzt, bis der Tesla geladen ist. Lassen die Kinder ein bisschen noch toben. Oder Blumen rupfen. Und dann geht's weiter nach Hause. Schlaf gut. Schau mal. Ben ist ein Dino. Ben nicht die Blätter essen. Nicht die Blätter essen. Nee. Das sind, glaub ich, sogar noch giftige Blätter. Jetzt? Ja. Mich haben übrigens schon einige gefragt, ob das nervt mit dem Laden. Überhaupt nichts. An den Superchargern ist das 20 Minuten und dann ist der geladen und dann kann man weiter. Also, ne? Viel länger wie an der Tankstelle auch nicht. Und macht uns überhaupt nichts aus. Meine Lieben, wir sind zu Hause angekommen. Die Fahrt war so ein bisschen anstrengend. Wir haben zwischendurch auch mal gewechselt, weil Liana angefangen hat zu weinen, dass sie neben mir sitzen möchte. Die war vorne bei André und ich hinten mit Ben. Ähm, ja. Aber es war okay. Also, es war keine wahnsinnig schlimme Schreifahrt, aber nicht so gut wie die Hinfahrt. Die Dinosaurier. Was? Die Dinosaurier. Hä? Was sagst du? Ben hat wieder die Dinosaurierhose an, ne? Ihr Lieben, André ist jetzt gleich losgefahren. Der holt die Mia und ich werde jetzt ein schnelles Abendessen für Liana machen. Und wenn die Kinder im Bett sind, machen wir uns was. Aber, ähm, ja. Jetzt mache ich erst mal ein kaltes Abendessen und dann werde ich nachher für André und mich was kochen und den Flock schneiden. Es war ein wunderschönes Wochenende, aber wir sind auch wieder froh zu Hause zu sein. Zu Hause ist halt doch alles ein bisschen einfacher mit zwei Kindern, ne? Gerade so, dass sie ins Bett bringen und die Abendroutine und das Spielzimmer und ja. Aber es war wunderschön. Ihr Lieben? Feder. Feder. Wo du möchtest, das ist deine. Wir verabschieden uns jetzt und freuen uns. Nein, deine. Das ist meine. Kriege ich dir geschenkt. Danke. Okay, ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis ganz bald.